Hallo Menschen und herzlich willkommen, euer Senseless Survivor wieder hier und ja, es geht weiter mit dem Labs-Wahnsinn. Krufoki, Sascha und ich sind mal wieder auf Labs unterwegs, das Event war immer noch aktiv. Wir haben es also ausgiebig genutzt und ja, es war eigentlich ein sehr geiler Raid. Ja, zieht es euch am besten selber rein, wünsche euch viel Spaß dabei und lasst mir gerne ein Abo oder Like, da würde ich mich riesig freuen. Danke euch für eure Unterstützung und bis dahin viel Spaß mit dem Video, wir sehen uns, euer Senseless. Tschüssi! Ich glaube nicht, dass sie die Woche noch voll machen mit Events. Wir haben Labs, wir hatten Shoreline, Reserve, Factory, also viel wird da nicht passieren, denke ich mir. Aber wie gesagt, ich weiß es nicht, das ist ja mein zweiter Vibe sozusagen. Oh, Musik aus. Ist hier nicht, ist das hier der Schaltschrank? Ne, wo war das hier? Ne, ich glaube nicht, oder? Ne. Riesenkiste, junger, fetter Loot. Hier hinten ist eine Sonneblut, Dings, ein Tafelback. Das machst du richtig bei heute. Nur nicht beirren lassen. Also, ich weiß nicht, links war, links ist was. Ruhe! Leid, los. Ohne. Mach eine 16-17-19-16-19-19-19-20 oil. Ohne. Ohne ist das? Ohne. Ohne ist das? Ohne. Ohne ist das? Ohne ist das? Die Granate habe ich ja auch wieder auf 1A geworfen. Der Typ ist aber nicht tot, gell? Mhm. Noch einer, es sind zwei, einer nach links, einer nach rechts wieder. Einer minus. Ich glaube, er hat seinen Retort umgeschaltet gerade. Eine ganz beschissene Situation hier hinten. Hier drei Seiten. In dem Surferraum. Er ist aber frei, bzw. hinten ist die Tür offen. War das? Ich komme wieder raus, ich komme wieder raus. War der allein? Also ich habe zwei gesehen, einer ist definitiv noch da. Man hat ja auch Steps geöffnet. Könnt ihr mir mal Deckung geben hier hinten, ich loote den Grat. Mann, Alter, nimm es doch nur rein hier. Ich bin hinten noch an der Außentür von dem Surferraum. Ich glaube, ich habe noch was gehört. Okay. Ich bin jetzt rechts von euch, äh, links von euch, vorsicht. Ja. In diesem Gang ist immer welcher. Ja, ja. Alter. Keine Ahnung. In dem Gang nichts gesehen und trotzdem ungefähr. Was, du bist tot? Ja. Ich geh jetzt von allen Seiten Steps hier. Marzo, wo bist du? Ich bin in so einem Schaltraum. Läufst du? Rennst du? Ja. Komm zu mir, renn durch diesen Gang zurück, wo da Tote liegt. Und dann rechts rum, hinten bis zu den Fahrstuhltüren. Ich mach mal Licht hier. Okay. Warte. Warte. Ich guck mal hier in diesen Raum rein. Bleib mal draußen. Hier ist eine Tür. Kann man sogar öffnen. Dann bleib ich mal hier und decke den Raum ab. Da kommt einer. Wo? Er springt draußen rum. Ich weiß nicht, ob er bei der Leiche ist. Aber wenn du hier rumläufst, dann weiß er jetzt auch, dass wir hier sind. Wissen die sowieso. Ja. Sie haben es vermutet, aber sie wussten nicht genau wo. Jetzt wissen sie es. Kommt. Er springt. Wissen zwei. Wissen. showt. Ich guck mal hin. grandmother. Warte, boi, boi. Warte, weg, 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 weg. Wo kommt die Granate her? Die Bike. Mann Alter, warum denn? Da war doch Tauen. Ja, da war die Granate aber schon raus. Ja aber wo wolltest du die hinschmeißen, auf mich oder was? Nein, nach vorne in der Ecke. Ja, der hat doch hier hinten gehockt, der macht doch keine Kurve, aber. Doch, gegen die Wand abprallen. Ja, zurück zu mir. Hier liegen ein Haufen Tote, ja. Na dann, labe dich. Warte mal, pass mal auf, liegt alles voll. Gutes Zuschauer. Ja, ich will bloß ein bisschen Platz machen hier. Weg den schnöden Mammern. Ich höre Steps, oder? Oh Gott, Knirsch, ne? Sascha, danke fürs Mitmachen. Schönen guten Abend. Äh, Quatsch. Schönen guten Nacht, meine ich. Was hast du noch, Profugi? Das hat die Knirsch, stimmt, ja, als wenn sie verdreht. Ja, ja. Ja, Boyle, da hat er geschimpft. Und zu Recht. Ui, das liegt, da sage ich Danke. So, du kannst dich warten. Auf der anderen Seite hinter der Tür liegt auch noch einer. Hier. Ja, nimm erstmal den. Das ist Klaus, glaube ich, hier. Klaus? Das müsste Klaus sein, ja, oder? Welcher Klaus? Unser. Ja. Ach so. Was macht denn der hier? Ich würde sagen, looten und dann raus. Was? Ich weiß nicht, wie Profugi auf Klaus kommt, kann ich dir nicht sagen. Äh, genau. Das muss uns Profugi schon selbst verraten. So, ich würde dann erstmal einen Fahrstuhl suchen und dann abmarschen. Oh, frag mich nicht, wo es lang geht. Okay, hier glaube ich nicht. Wir müssen, glaube ich, diesen langen Gang hinterrennen. Hier liegen sie auch rum. Nein, nicht ein Vektor. Na komm. Wir sind voll. Komm mit, Profugi. Wir hauen ab. Hoffe ich. Ich bin auf dieser Map noch nicht sattelfest. Rennen wir im Kreis? Ich glaube, wir müssen hier lang, ne? Hier. Wo? Hier, oder? Hier waren wir doch auch vorhin. Hier sind wir auch angekommen irgendwie. Genau. Oh, warte. Oh, ja. Oh, ja. Scam. Dann fliege ich mich gleich mal zusammen. Da kann ich ja auch meinen CMS wieder aufheben, was ich irgendwo hingeschmissen habe. Mann, ich komme nicht mehr raus hier. Oh, es blendet. Wo sind wir? Ach, da. Wir sind dort. Da. Wir sind dort. Müssen wir hier runter, oder was? Ah, da sind die Fahrstühle. Warte. Wir müssen. Pst, pst. Ja, was geht? Hm. Wir müssen jetzt zurück nochmal durch den Gang, dann rechts, also jetzt vor, dann links. dann um so eine kleine Ecke, dann rechts. Ich sitze schon mal irgendwie vor Check. So nochmal. Wir sind, ah, wir sind jetzt hier. Wir müssen irgendwie in diese Richtung hier. einschelaufen. Aber hier müssen wir den Fahrstuhl erst anmachen. Oder? Ach ne, komm rein. Hat schon einer gemacht für uns. Cool. Ja. Ja. Raus mit gutem Lut. Hahaha. Vici, danke, danke, danke. Herzlich willkommen übrigens. Ja, ein Bär, ein Jusek. So lässt sich's leben. Ich krieg. Wirklich. Verwärter. Ja. 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 Bis zum nächsten Mal.